So, herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video zum Spiel Aventuria. Es geht weiter mit dem Ranking. Ich habe bereits in einem Video damit gestartet, euch ein bisschen näher zu bringen, was unser Hauptausfallkriterium ist, wenn wir uns für einen Helden entscheiden. Und an aller erster Stelle stehen die schwarzen Heldenkürze, also die Startkarten. Jeder Held kommt dann mit 30 Karten rein, weiße Heldenkürze oder schwarze Heldenkürze. Und die schwarzen Heldenkürze sind diese heldenspezifischen Karten, die den auch wirklich ein bisschen ausmachen. Und die sind für uns sehr wichtig, um zu entscheiden, ist der Held etwas für uns oder eben auch nicht. Da habe ich jetzt 6 und 5 meine Plätze schon bereits präsentiert. In diesem Video geht es mit Platz 4 weiter. Und da habe ich mitgebracht den Tobrischen Söldner. Der Tobrische Söldner bringt insgesamt 8 Karten mit, die wir uns ganz kurz angucken, warum er für mich auf der 4 ist. Was ich an dem Spiel sehr mag, ist, dass es eben auch Helden gibt, die eine bestimmte Richtung einschlagen können. Das bedeutet, sie fokussieren sich auf eine bestimmte Art von Angriffsart oder auf einen Kartentypen oder einen bestimmten Effekt. Und der Tobrische Söldner, der möchte gerne viel mit Lebenverlust arbeiten. Also seine Startkarten haben viel damit zu tun, dass der Gegner erstmal Leben verliert. Und das müssen nicht unbedingt Angriffe sein. Schauen wir uns einfach mal die Karte hier an. Umreißen, Flavertechnik, total gut gemacht. Kostet 2, ist ein Vorteil. Also hier, keine freie Aktion. Muss man im eigenen Zug spielen. Dann würdelt man 2 wie 6. Und dann ist es so, dass ich jetzt aussuchen darf, welcher Schaden jetzt der Gegner bekommt und welcher, wie viel Schaden ich selbst bekomme. Ja, man rangelt, beide fallen hin, der eine fällt vielleicht auf den Stein, der andere hat vielleicht Glück gehabt. Und Gegner heißt aber auch Anführer, also nicht nur Scherge, was gut ist. Und dann sage ich hier, der Anführer bekommt 5, ich bekomme 2. Ist halt immer auch mit selbem Leben verbunden. Aber die Karte ist dennoch gut. Denn, wie ich mich auch immer gerne wiederhole, Leben verlieren ist kein Angriff. Geht also durch Rüstung und Ausweichwürfe werden nicht gewürfelt. Davon bringt gleich 2 mit. Seine vielleicht stärkste Karte ist die Schwäche ausnutzen. Verliert ein Gegner durch einen deiner Fernkampfangriffe. Leben darfst du eine Karte von deinem Zugstapel ziehen. Also Karten ziehen ist sowieso immer gut. Und der Effekt ist einfach, wenn man trifft, wird man noch doppelt belohnt. Kostet zwar 3, aber Karten ziehen ist immer gut. Dann haben wir hier eine Karte, die ist ja auch, so sage ich mal, ein bisschen uniker. Kostet 4. Oder unique. Kostet 4. Du darfst einmal in deinem Zug eine deiner Handkarten ablegen und dein Gegner deiner Wahl verliert 3 Leben. Also hier wieder auch eine Karte. Das ist eine permanente Karte. Dies bleibt im Spiel für 4. Kostet halt so ein bisschen. Aber später im Spiel zieht man auch gerne auch Karten, die man vielleicht nicht mehr braucht. Zum Beispiel hat man jetzt die dritte Nachkampfaufel auf der Hand. Oder irgendeine Karte, die am Anfang des Spiels mehr macht. Zum Beispiel das Zechen. Zum Beispiel so eine Karte hier, die am Anfang des Spiels deutlich besser ist als am Ende des Spiels. Und die kann man dann einfach sagen, ich schmeiße die hier rein. Und dann verliert der Gegner, also auch wieder Anführer, 3 Leben. Das heißt also, mit der Karte kann man immer sicher 3 Lebensabzug durchbringen. Es sei denn, auf dem Gegner steht irgendwas, dass man das nicht darf. Ja, gibt da vielleicht so den einen oder anderen, aber ganz selten. Das gefällt mir auch gut. Kann nicht geblockt werden, kommt immer durch. Ja, dann hat er dieses Schildthema auch noch mit drin. Im Abenteuer heißt es, benutzt du den Rüstungsschutz eines Schildes, fliehte, angreifende Scherge, leben in Höhe des Rüstungsschutzes. Also, jede Rüstung, die man hat, die dann für Rüstung getappt wird. Wenn ich jetzt also 5 Schaden bekomme, ich blocke 3 ab und ich habe diese Karte im Spiel, bekommt man Angreifer auch noch 3 Lebensverluste, den er halt auch nicht wegblocken kann. Immer das ist dieses, es geht direkt durch. Das ist so eine Teilthematik bei dem Helden. Die Karte kostet auch noch 1, bei dem hier macht es dann auch Spaß, auch Rüstung noch zu spielen, vor allen Dingen, wenn man die draußen hat. Das sind alles hier auch permanente Effekte. Genau, und ansonsten haben wir hier noch die Schlagabfolge. Bestimme einen Gegner und lege maximal 5 Nack-Kraftproben ab, bis dir die erste misslingt. Durch jede gelungene Probe verliert der Gegner 2 Leben. Diese Proben sind nicht als Angriff. Die ist recht teuer, da muss man sich natürlich überlegen, wann man sie spielt. Klar, man zahlt 4 und wenn man einen hohen Nack-Kampf-Angriffswurf hat, dann wird die natürlich besser. Ansonsten, klar, wenn man es im ersten Mal schon nicht schafft, dann zahlt man 4 für gar nichts. Und man darf sie auch mit Schicksalsaugen, darf man diese Karte auch nicht neu würfeln lassen, denn es ist kein Angriff. Die geht schon eher zu der schwächeren Kategorie. Und das ist vielleicht die schwächste Karte und alle anderen Karten sind gut. Gucken wir uns nochmal den Rundumschlag an, der einfach aussagt, ein Gegner an der Wahl verliert 4 Leben. Alle an dem angrenzenden Gegner verlieren 2 Leben. Das heißt, diese Karte könnt ihr zum Beispiel auch auf den Anführer spielen. Denn wenn ihr einen Anführer habt, sagen wir mal, das ist jetzt der böse Anführer. Naja, den lege ich jetzt hier hin und der Scherge, der rechts neben ihm liegt, also ich mache das immer hier oben. Hier ist ja normalerweise der Anführer und hier liegt der erste Scherge. Und dem gibt ihr 4 Lebensverlust. Dann bekommt ihr direkt auch 2, weil die beiden beim Nachbarn sind. Ansonsten, wenn ihr jetzt auch einen mittleren Schergen spielt, bekommen die beiden an dem angrenzenden auch jeweils 2 abgezogen. Also macht die Karte für 3 Ausdauer bis zu 8 Lebensverlust. Das ist auch sehr ansprechend, sage ich mal. Und zu guter Letzt haben wir noch die Rüstungsgewöhnung. Kostet 0. Nimm eine Rüstung aus deiner Ablage auf die Hand. Das heißt also, durch diesen Effekt ersetzt die Karte erstmal selber. Das ist gut. Kostet 0. Ich bekomme etwas vom Ablagestapel zurück auf meine Hand. Also eine Rüstung, die man vielleicht abgeschmissen hat, weil man irgendwie Schaden verhindern wollte. Und dann zieht die Karte auch noch eine Karte selbst. Und wenn ihr den oberen Effekt nicht machen könnt, weil ihr keine Rüstung habt, dann ist es nicht so schlimm. Denn ihr zieht trotzdem die Karte. Also die Karte an sich ersetzt sich immer noch sich selbst. Auch wenn ihr keine Rüstung immer Ablagestapel habt. Das ist nicht die Bedingung der Karte. Okay, also Karten ziehen tut ihr mit der Karte immer. Gut, das war jetzt der topische Söldner. Der hat also auch sehr starke Karten. Das war jetzt meine 4. Machen wir gleich, ohne zu zögern, weiter auf der 3. Habe ich mich entschieden für... Wo habe ich sie jetzt hingelegt? Für die Katzenhexe. Die Katzenhexe hat auch so eine Art Thema, kann man fast sagen. Die Katzenhexe hat das Thema Schicksalsaugen. Wenn sie in irgendeiner Weise Schicksalsaugen bekommt, dann macht sie damit was. Oder kann sie was damit machen. Schicksalsaugen sind an sich ja immer schon eine sehr starke Komponente. Wird durch diesen Charakter jetzt auch einfach noch besser. Schauen wir uns einfach mal an. Wir haben jetzt hier diese Hexengalle. Die sagt aus, für 3 kommt sie rein, macht einen Fernkampfangriff. Sie selbst hat einen Magieangriff, also hier einen Fernkampfangriff. Also schon mal gut. Verdoppelt sich nicht oder ersetzt sich nicht. Und wenn der Gegner durch diese Waffe Leben verliert, dann darf ich mir so ein Schicksalsauge nehmen. Also hier Treffen und Schaden machen ist bei der Karte also doppelt gut, weil man dann noch sowas bekommt. Also das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Dann haben wir hier diese Jagannuss für 0. Wenn ich diese Karte ablege, darf ich zu Beginn meines Zuges 2 Ausdauer halten. Das heißt, wenn ich sie in der ersten Runde spiele, kann ich sie noch nicht opfern. Denn hier steht ja zu Beginn deines nächsten Zuges. Das heißt, diese Karte macht immer erst im nächsten Zug was. Aber dann generiert sie 2 Ausdauer. Und Ausdauer generieren ist immer gut. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Starke Karte. Dann haben wir den nächsten Kessel. Da muss ich mal mit einem Magiepro machen, wenn die nicht klappt, hat man Pech gehabt. Aber wenn sie klappt, dann darf ich hier sowas ablegen, um mein Leben zu bezahlen und ganze 3 Karten zu ziehen. Karten ziehen ist immer gut in dem Spiel. Das Ganze kostet 2. Diese Karte ist hinten raus vielleicht die stärkste Karte. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie sehr, sehr, sehr stark. Und macht natürlich auch Spaß zu spielen, davon abgesehen. Okay, dann haben wir noch den Glücksgriff. Naja klar, also wenn man natürlich auch mal angewiesen ist, mal eine Karte auf der Hand zu haben, die jetzt gerade nicht auf der Hand ist, dann gibt es noch so eine Art Tutoreffekt. Heißt, man darf sich was raussuchen für 1. Durchsuche dann Zugstapel. Durchsuche dann Zugstapel und nehme eine Karte davon auf die Hand, mische den Stapel anschließen. Also hier für 1 nochmal ein Effekt. Was raussuchen ist immer auch gut. Dann geht es weiter. Auch eine sehr starke Karte, habe ich am Anfang auch echt total unterschätzt. Kostet 1. Für Tappen ohne weitere Ausdauerkosten. Ich lege so einen ab. Und der Einheld meinerweil heilt 4 Leben. Heilung im Spiel sehr stark. Die Karte heilt. Und das gerade mal für so einen Nupsi. Das ist wirklich sehr gut. Denn die Hexe kommt auch noch mit 3 Angriffsarten rein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Schicksalsauge auch mal dauerhaft bekommt, sage ich mal, sogar bis zu 3 in einer Runde, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und jetzt kommen wir zu 3 Karten, die vielleicht vom Powerlevel ein bisschen absacken, aber trotzdem zumindest mit dem Hexenbesen noch sehr gut spielbar sind. Der generiert jetzt den Nahkraftangriff sozusagen. Für 1 kommt es ja rein. Für 1 macht er einfach 1W6 plus 1 Nahkraftangriff. Und wenn man den ablegt, naja, dann darf man mal so einen Ausweichwurf nachträglich verbessern. Das muss man nicht machen. Aber man will, wenn man den ausspielt, hier vielleicht auch nicht treffen. Das ist ja das Gute. Der soll vielleicht dann auch einfach diese Ausdauersachen hier generieren. Sie kommt mit einer 8 im Nahkampf rein. Das ist jetzt auch nicht der allerbeste Wert. Und, ja, das ist also eine solide Karte oder Angriffsart, die man hier schon mal mitbringt. Also sie selber hat einen Magier im Griff und hat mit 2 Karten bedient sie also noch die anderen Angriffsarten. Das ist schon mal gut. So, mein, ja, Freund hat sich dafür entschieden, diese Katze hier, nach ganz oben zu ranken, sage ich mal. Er findet sie ja total klasse. Ja, weil, gut, wer spielt nicht gerne Katzen? Ja, das ist ja schon, ja. Es gibt auch im Gettenmodus gibt es ja auch diese Pet-Karten. Die steht da unten, der Begleiter. Hier steht Ausrüstung. Habe ich leider noch nie gehabt. Hätte ich gerne mal gehabt. Aber dafür bringt jetzt die Bornetsche Katzenlechse jetzt diese Alvinia mit. Die sagt aus, für 3, wenn man selber Leben verliert, dann verliert der Gegner auch 2. Also sie kratzt anscheinend zurück. Und wenn man mehr als 10 oder 10 oder mehr in einer Runde verliert durch einen Angriff, dann muss man die Katze ablegen. Ja, es wäre jetzt für mich jetzt nicht der allergrößte oder stärkste Pick, wenn ich jetzt mir von diesen Karten hier aussuchen dürfte, wäre das jetzt nicht meine Nummer 1. Das hat ein ganz netter Effekt, weil es auch wieder Lebensverlust ist. Das heißt, es kommt immer durch Rüstung durch und es gibt keine Ausweichwürfe. Das ist immer ganz nett zu haben, aber sie kostet eben noch 3. Und vielleicht die schwächste Karte ist das Krabbeln. Der Krabbeln ist Schrecken für 1. Im Abenteuer sagt das, wirkt nur gegen Schergen, wird der Scherge ausgeschaltet oder abgelegt und mischt diese Karte zurück in den Zugstapel. Sagt einfach aus, man muss jetzt so einen bezahlen, damit man dann einen Schergen nennt, der dann am Anfang jeder Runde ein Leben verliert. Oder er verliert zu Beginn jedes seiner Züge. Ja, Züge, ja, also ich gehe davon aus, dass damit gemeint ist, dass er den Aktionswürfer hat, weil Züge, der Gegner hat ja immer nur, nee, wobei, nee, ich glaube, es hat nichts mit Aktionswürfen zu tun, nee, vergiss, was ich gesagt habe, das müsste einfach, wenn ein Scherger dran ist und das bekommt er am Anfang seines Zuges einen Live-Loss, und das ist leider nur auf Schergen zu spielen, ja, das ist wahrscheinlich schon nicht so unglaublich klasse. Habe ich auch noch nicht im Einsatz gesehen. Dennoch, hier dieses Setup mit der Synergie auf diese Schicksalsaugen gefällt mir gut. Daher auch meine Nummer 3 von den Startkarten. Okay, das war's. Ich freue mich aufs nächste Video. Bleib gesund. Bis dahin. Alles Gute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.